Musik Servus, willkommen in Schlosspark Smolenitze. Ein wunderschönes Herz haben sie hier gemacht, geschnitzt, tolle Arbeit. Und schaut euch die schöne Naturlandschaft an. Und da schaut auch das Schloss hervor. Wenn ihr das sehen könnt bei der Kamera, ein bisschen vorne gehen, so, da schaut das Schloss hervor. Wunder, wunderschön. Musik Bei diesem Teich gab es auch eine Überraschung, eine Ringelnatter ist im Wasser gewesen. Gut zu erkennen an dem gelben Tupfer beim Hinterkopf. Musik 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 Vorerst geht es mal zu einem Schloss, bevor wir dann eine abenteuerliche Tour auf den Wegen der Kelten starten. Musik 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 Smolenitze wurde erstmals 1556 erwähnt. Und da wurde auch im 16. Jahrhundert eine Renaissance-Kirche erschaffen. Von 1705 bis 1707 wurden sie von den sogenannten Gurutsen besetzt. Musik 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 Jetzt machen wir uns auf die Tour zu den Kelten. Es geht zu Ausgrabungen und zu einer Wohnsiedlung, wo sie mal gelebt haben. Jetzt gehen wir dann einen schönen Waldweg entlang. Leider sind die Gelsen auch mit dabei, aber wir haben sich fest eingesprüht. Das wird hoffentlich passen. Wasserfaut, wunderbar. Leider ist es zu trocken. Es geht nicht, aber da ist eine Kapelle. Der Weg schaut jetzt sehr abenteuerlich aus. Voll aus Steine. Da wird es mal viel Wasser gewesen sein, wie es ausschaut. da ist das Wasser durchgeschossen. Da liegt einiges an Geröll. Kann man gut vorstellen, dass da mal eine starke Strömung durchgeflossen ist bei dem Gewitter, weil es ist noch ziemlich feucht. Da gibt es Stiegen hinauf und große Felswände. Und das sollte ein Wasserfall sein, aber wahrscheinlich ist es wirklich zu trocken. Ui, die Hunde sind ganz verrückt jetzt. Sofie, Pepsi! Sofie, Hallo! Sofie, Pepsi! Sofie, Pepsi! Sofie! Ah, die Sofie folgt. Pepsi! Pepsi! Die Pepsi geht glaube ich den Komplizierteren. Ah, da ist es. Abkürzung gemacht, die Pepsi. Schaut mal. Das sind richtige zwei Kinder. Richtige Schlawiner. Da ist eine kleine Kapelle. Schaut mal. Hier sollte der Wasserfall sein. Der sollte da hinunterströmen und da weiter entlang, aber leider kein Wasserfall vorhanden. Es ist zu trocken. Sophie hat sich dort auch angeschaut. Sie ist immer mittendrin, statt nur dabei. Ja, aber die Landschaft ist wirklich sehr, sehr schön. Richtiger Dschungel wieder. Schaut, wie tief es da runter geht. Das ist ein schönes Abenteuer wieder. Boah! Da sollte der Wasserfall runterströmen, aber leider, leider, da ist nichts mehr da. Bei einem schweren Gewitter kann sich da aber schnell wieder ändern. Ihr wisst, wie das in die Berge ist. Einmal ein starker Regen und schon geht's los mit dem Wasser. Da sieht man jetzt, wie es ausschauen sollte. Ja. Viel Moos ist überall. Also feuchte Gänge auf jeden Fall. Aber trotz allem zu trocken. Die Sonne hat sich verabschiedet. Es ist stark bewölkt. Gegen Abend haben das Gewitter angesagt. Ich hoffe, es bleibt jetzt einmal so. Brauchen wir jetzt nicht. Schaut euch den Moos an. Gigantisch. Das schaut so mystisch aus, wenn die Steine so eine Moos-Schicht haben. So eine starke wie diese. Schaut einmal. Richtiger Teppich. Wahnsinn. Landschaftlich ist das wieder top. Und die Bäume liegen wieder. Dass die Bäume da liegen, hat auch einen Grund. Wenn der Boden feucht ist, also wenn es viel geregnet hat, können sich die Bäume nicht mehr halten. Der Boden ist aufgeweicht. Und dann purzeln die Bäume alle um. Das hat auch mit der Regenzeit zu tun. Da ist es sehr feucht, da müssen wir aufpassen. Und oh, da ist es auch schwer rüber zu gehen jetzt. Wenn man sich nicht am Rand, wenn man oben bleiben und da hinüber gehen. Da muss ich jetzt ein bisschen schauen. Oh je, oh je. Boah. Na ja, das ist jetzt in alle Wälder so. Das gleiche Bild. Wenn die schweren Gewitter da waren, der Boden ist zu aufgeweicht. Es hat ja auch viel geregnet. Der Mai war sehr verregnet. Teilweise auch Juni. Da gibt es viele kleine Höhlen. Ja, Höhlen gibt es auch. Hoffentlich finden wir es. Na super. Na ja. Jetzt können sich die Bäume wieder festhalten. Es ist wieder eine trockene Phase, aber es ändert sich halt immer schnell. Alle zwei, drei Tage kommt dann wieder was Heftiges. Dann wird der Boden wieder aufgeweicht. Jetzt sind wir zu Tritt unterwegs. Die zwei Hunde sind auch mit, aber die kennen sich relativ gut. Wir auch. Macht Spaß. Die Vögel zwitschern uns was vor wieder. Eine schöne Waldstimmung, angenehm. Ich mag Welt eigentlich sehr. Jeder Wald ist ein bisschen anders. Das macht jeden Wald zu einem besonderen, zu etwas eigenen. Der hat auch wieder was Schönes an sich, was ihn unterscheidet. Die vielen moosigen Steine und die vielen verschiedenen Bäume macht das Ganze wieder sehr, sehr schön und spektakulär. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020